recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer 33 von oxygen not included ja unsere kleine welt ist hier wir müssen da schauen wie wir weiter kommen die wasserleitung war ja das problem die da vielleicht schon mit irgendwelchen flüssigkeiten vorher sind der mordrak hatte geschrieben dass da wieder raus zu kriegen ist eine ziemliche schwierigkeit und ja da würde ich sagen nach dem intro kümmern uns darum bis gleich so dann schauen wir doch mal die wasserleitung an sanitär ist da rohre sind da und da ist das wasser drin und das da rauszukriegen hat der mordrak geschrieben ich sehe schon ist schwierig vor allem weil das da unten dann raus läuft jetzt wäre dann die frage ja machen doch mal das overlay hier mit dem dingens an mit dem wasser und ich würde jetzt sagen wir hatten erst mal hier die leitung und da kann man das leer pumpen aber da gibt es ein skill für und da muss einer klempner für seine zerlegen können wir das ja aber nicht ja das ist das problem gerade rohr inhalt ist leer das kriege ich aber nicht raus oder status informationen status informationen ja ich weiß nicht wie man es macht ich könnte es zerlegen dann habe ich die suppe hier das ist klar das ist ein problem ja aber mehr rein soll ja schon mal auf jeden fall nicht deswegen würde ich jetzt definitiv hier auf jeden fall das rohr mal zerlegen das kann auch auf sechs zerlegt werden damit das nicht mehr wird oder also dass die forschung die da läuft ja so mal gucken ach so sauerstoff ja sieht so aus dass hier unten der sauerstoff jetzt langsam drückt hier haben wir aber sauerstoff der hochkommt das hat mal ja auch extra gemacht wegen dem chlor hier wir haben letztes mal hier noch das angestoßen dass hier die leiter gebaut wird und ich war dann nachher am überlegen guck doch mal die keime an dass kein overlay an nach so okay man könnte die leiter definitiv ja hier noch hochziehen diese zwei schleim blöden dinger dies wären dann das problem da habe ich jetzt auch keine lust zu diese keime in meiner basis rein zu kriegen erst mal das mal so wie es ist gut tausende von aufgaben wo sind die aufgaben da erzeugt 306 entfernt 64 netto sind noch 242 da müssen die was hat er denn hier gerade hier für ein jingle frankie geht er einen glittersprühen athletik plus acht okay dann lassen wir ihn dabei das ist ja auch schön so ja wir müssten noch ein bisschen aufräumen vielleicht ach so wir hatten das mit dem kompost ach so das geht ja erst dann ich hätte doch letztes mal gesagt hier abreißen oder ach so das ist glaube ich auch das abreißen dane zerlegen zerlegen auf sieben die leiter kann auch schon zerlegt werden zerlegen und das ganze auch auf sieben dann sollte das schneller gehen hier liegt noch ein Ei von einem leuchtlümpfen dass das da jetzt rum fliegt ist nicht ideal aber es gibt auch schlimmeres verschmutzte erdelager nicht verfügbar ja da wird es wichtig dass was passiert da da ist das schon mal fertig dann kann da die leiter hin haben wir leiter ja haben wir haben wir leiter auf sechs das ist noch nicht abgerissen der sprüht nicht nur glitzer dann hört man auch glitzer ne ja da wird jetzt abgebaut das ist gut das bedeutet wir machen da jetzt auch den ziegel den machen wir gerade mal auf sieben nein damit dazu ist dann können wir auch schneiden kompost dahin setzen kompost war war das bei nahrung war das bei sanitär station ja schade ne veredlung es ist dünner fabrik ja komm zack und den haben wir schon auf sieben dann lassen wir den auch auf sieben das passt erst mal hier haben wir jetzt die leiter mal auf sieben und die leiter machen wir auf sechs dann arbeiten sich von oben nach unten runter oder das leuchten immer der ist darunter geflogen seitdem ich die treppe gebaut habe da ist die forschung fertig gehen wir natürlich erstmal in die forschung und machen eine neue ja was machen wir hatten wir letztes mal schon darüber gesprochen ich weiß es nicht mehr was haben wir hier erdgas öl und petroleum nö dampfmaschine wollen wir jetzt noch nicht das hier sind integrierte lagerung haben natürlich auch schon was also ist nicht metall zieg und das hier ist metall refinerie ich glaube so schlecht sind die noch nicht dran dass wir da schon was machen müssten ich glaube hier waren wir ja schon überall durch bis auf den da was war das erkranken station ja man noch nicht apotheke haben wir aber kranken stationen man nicht kommen wir forschen mal gerade die kranken station zwischendurch wie groß ist der apotheken raum würde vielleicht auch was gehen wenn da gut der zweite komposthaufen wird gerade noch bearbeitet kann das sein das ist sehr schön wir haben ja eben schon wieder hier 304 sind aus 304 sind 357 geworden oder sehe ich das aber hier sind auf jeden fall weniger da kommen wir auch so automatismen zu wie weiß ich nicht ernten und sowas arbeitszeit reisezeit persönliche zeit warte zeit warte zeit gibt es keine ist schon mal gut oder forschung hatten wir angestoßen das ist auch gut er glitzert immer noch hier sind noch fähigkeiten zu machen oder fertigkeiten unser koch kann schon grillen was hat unser koch denn sonst noch für fähigkeiten verbessertes basteln es wäre noch interessant zu wissen also die zwei untersten da sind das heißt die drei untersten das ist auch das ist ja durch ihn auch abgedeckt forschung haben wir hier kunstgrundlagen kunstgrundlagen haben wir hier also er nicht er grillen ist er ja schon landwirtschaft hatten wir glaube auch schon wer war das denn eben hatte ich doch hier auch schon ja und verbessertes bauen wer macht das es gibt niemand der verbessertes bauen macht dann würde ich das vorschlagen dass er das jetzt macht oder dann haben wir alle diese nachher hat irgendeiner von denen hat alles hier von irgendwo irgendwas davon gut sehr schön ja oxyfam samen den haben wir da immer noch nicht hingepflanzt der war hier unten zu pflanzen wenn der geht dann dahin wenn hier alles so ein bisschen nicht vorangeht das liegt vielleicht an der schleuse ich weiß es nicht also die maske von elli die liegt irgendwo rum hatte der mordrack auch geschrieben die liegt hier wohl ne sauerstoffmaske elli ja nee gasleitung wie kann ich die denn die sauerstoffmaske aufräumen da vielleicht geht so gibt es keinen platz für was ist denn hier drinnen samen was würde denn ja sauerstoffmaske und filtermaterial würde gut zueinander passen aber lass mal der sowieso schon voll was haben wir hier dünger phosphorit rohmineral was haben wir hier industrielle zutaten ne ich glaube da müssen wir irgendwo noch so ein neues teil machen dann hier ne ach da ist ja nix ne kleidung läuft das unter da kommt dann passt doch passt doch alles was mit kleidung ist kommt da rein auch die sauerstoffmaske den setzen wir mal hoch dass der gebaut wird dann kriegen wir das schon hin oder der ist wieder von da unten nach da oben die leuchtnümpfe hier ist es schon ein weiter gebaut diesen hier können wir mal abbrechen den brauchen wir nicht ja das wasser ist schon hier raus das ist auch schon cool ach die pumpe steht da natürlich jetzt relativ doof ne dann würde ich sagen machen wir da noch so ein teil hin machen das erstmal hier hin ne 5 würde reichen erstmal weil sonst wollen sie da gleich runterspringen zerlegen den auf 4 zerlegen den auf 4 zerlegen den auf 4 und wir müssen sanitär so isoliertes rohr können wir noch auswählen und die flüssigkeitsventile aber der flüssigkeitsentleerer der kommt dahin den müssen wir dann noch bearbeiten und er ist jetzt auch auf 7 wieder mach den mal auf 4 ist der schon auf zerlegen ja irgendwo höre ich wie sowas wie putzen da kommt dieses geräusch weg weiß ich nicht automation haben wir jetzt ein hydro sensor und das haben wir hier noch ein flüssigkeitstank okay ja flüssigkeit gut da sind wir wieder beim thema ne wir wollten aber gerade was machen der kompost wird auf jeden fall gemacht das haben wir fertig jetzt habe ich das schon wieder verworfen ne forschungstechnisch sind wir da ah guck mal hier ist die maske drin ja hier haben wir noch keinen gesagt dass eine maske aufsetzen muss weil wir die toiletten auch noch nicht gemacht haben wieso wird das nicht dahin gebracht doch wird es jetzt oder lager nicht verfügbar steht da müsste doch verfügbar sein hier ist es doch oder wenn katalina das da jetzt hin ich will es hoffen ja lager ist verfügbar warum das jetzt hier nicht richtig angezeigt wird weiß ich nicht oder liegt da noch was hinter nein ne der schmutz der erde ist schon da oder ist der jetzt schon wieder voll ne könnte natürlich auch sein aber das wird ja mit der zeit besser hier ist klar kann aber nicht funktionieren weil wir da irgendwas an der pumpe nicht in flüssigkeit steht da jetzt da schau her filter ist fertig lass uns mal das wasser angucken filter geht da vor könnte dann weiter geht aber nicht weil hier definitiv der bau abgebrochen wird weil das funktioniert ja nicht mit dem wasser doch das funktioniert ja doch das ist ja dann sauberes wasser stopp das war jetzt eine fehlgeschichte sanitär rohr das war ja doch richtig so und dann müssen wir den klempner demnächst noch haben der das der halde macht ne aber ich sehe schon so ist hier noch wasser können wir das mal gerade aufwischen da ist die nächste forschung fertig oder sei auch eine einfache forschung geht das wasser haben wir hier definitiv weg das ist schon mal gut wir gehen gerade noch die forschung klären das hatten wir fertig krankheitsregel diagnostik ok das war hier noch erzweiniger und entsalzer serv simulator hochdruck gas abzug automatisches gasventil atmos sensor dann gibt es die so wir sollten mal vielleicht ein bisschen deko noch machen dann näherer weinwand wandteppich ja sensoren arbeiter sind wir hier an hammer oder automatischer melder brauchen wir jetzt nicht sofort tendenziell eigentlich tatsächlich dazu hier jetzt weiter zu machen und metall raffinerien zu automatisieren aber da ist natürlich das heiße wasser auch gefragt aber dafür ist es ist es ja wohl effektiver nach einer glas schmiede dann mal hier polymer presse ölbrunnen miniaturisierung das ist alles gut der ofen ja aber den sehe ich jetzt noch nicht als wichtigen punkt ich glaube wir machen wir hier erstmal weiter damit eine forschung läuft ok ja das mit dem wasser das mit dem wasser das mit dem wasser ist definitiv eine aufgabe in der nächsten runde hier fehlt es wahrscheinlich an sand zum filter ne ja genau deswegen läuft es da auf jeden fall nicht weiter dafür wird jetzt hier gearbeitet das ist auch gut so und dann müssen wir mal schauen das rohr wurde gelegt das ist auch gut wie wir da in der nächsten folge dann weiter machen also ich denke mal wir gucken nach dem wasser auf jeden fall nächstes mal und ich weiß nicht mehr was ich vorhin vorhatte irgendwas war da ne ach so der oxy farm auch der ist schon da aber leider ist die temperatur hier noch zu hoch ne jetzt werden hier die isoliert ziegel alle gemacht das ist schon mal gut vielleicht wird es ja doch noch was dann 40, sonst was grad vielleicht kriegen wir das mit der isolierung noch hin ok eine maske hat hier keiner auf das ist schade jetzt geht rennen da hin was macht rennen denn? ah der baut da weiter ok wir gucken nächstes mal wie die isoliersteine hier fertig geworden sind oder wie sie weiter gemacht werden und dann würde ich sagen für die folge soll es erst mal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch genau überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt ihr mit welches nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video von den kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao ciao